Guck mal, nun ist es gut. Ausleidig, die drei sitzen hier jetzt auch gerade. Willst du mit mir schimpfen wieder? Willst du etwa mit mir schimpfen? Ja? Schimpf mich nicht durch. Schimpf mich nicht. Ja, ja. Wo ist denn das Essen geflieben? Das Essen ist wieder draußen, ne? Aber die essen jetzt ja auch schon. Heute haben wir mit drei Mahlzeiten schon angefangen. Ey, Pippi. Wie süß, ne? Ey, Püppilein. Den dicken Babybauch, ne? Wenn die keinen Bauch hätten, wäre das schlimm. Sie haben auch 1000 Gramm hier. Sie nicht, sie ist die kleinste. Aber Sie hatten sich für die ältere Dame vorgesehen, oder? Nein, das ist der Hinten, der gerade gegähnt hat. Also ich, ob sie ihn jetzt nimmt, ist ja noch nicht raus. Alles ist gut. Geht das so für Sie, sonst rutschen wir noch ein bisschen? So, ich mach mal ein bisschen, setz mich auf das Gesunde. So, das könnt ihr alle gucken. Die Kleine hat sich heute so ein Ding genommen und damit gekämpft. Das sind hier fremde Leute. Und er hat jetzt schon so schön geschlafen, ne? Ja. 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 Du und Moserst schon wieder. Du und Moserst schon wieder. Nein, alle nicht, nein. Ich hab auch mal Sebastians mit mir gefragt. Was? Der tut sich voll auf, der kann ja die erziehen. Toll. Mit erziehen. So. Na geil. Oder bist du das gewesen?